Hallo, mein Name ist Boris, ich bin der Gründer von Sushi-Kulitzelburg und in diesem Video erkläre ich euch, was wir am Sushi-Art Nummer 2 machen. In diesem Kurs machen wir drei Typen Sushi. Als erstes fangen wir an mit einem Vollmond Sushi-Brown. Weil es auch speziell ist, dass es die Sticker ist, wenn wir sie zusammen setzen, dann sieht es aus wie ein Vollmond, verschiedene Leute haben auch noch einen Blumen da draußen. Aber vom Design hier ist es einfach fantastisch. Auch Trüllen ist heute ein bisschen mehr speziell wie sonst. Als zweites machen wir ein Mosaik-Sushi-Roll Evolution hier steht. Von der Foto hier sieht man, dass wir eine Redaktion von der Foto machen. Und das ist auch drei, also die Kompositionssushi, das selbe ist gemacht, weil wir auch noch fünf Sushi-Reis dabei sind. Als dritte, das ist ein absoluter Hummer, dann machen wir ein Sushi, wo man da einen Engelblumen ist, die stil wird, wo bläder in einem Drogen sind, und wo einfach genial als Dego ist. Und zum Schluss vom Sushi-Ko, können wir dann noch so viel üben wie ihr wollt. Und das ist zum Schluss extrem wichtig, dass ihr das üben, weil das nämlich so wieder entleert. Da war für die Sushi-Ko, als immer plus-minus drei Stunden, und der Preis, als immer das selbe ist, für noch vor 2 Euro pro Peso. Da braucht ihr auch absolut nichts mat zu bringen, das alles zur Platz. Schildfreien hört doch, sehr geschneitplatt, sehr japanisch Messer, und sehr wohl mat, und Schildfreien möchte sein eigenes Sushi haben, und das nämlich so wieder klärt. Wenn ihr schon eine Sushi-Ko gemacht habt, und wissen, dass es dann in den Kuren verschiedene Regeln ging, und eine von den wichtigsten Regeln ist, die zu spät kommt, muss spülen werden. So, ich hoffe, das wird euch losgehen, über Sushi-Ko. Alle Info von da, auf Sushi-Ko.nalu. Bis zum nächsten Mal in der Sushi-Ko. Ciao.